Hier sehen Sie die Puh-Landschaft, wo schön mit Palmein zäumt ist. Eine ganz tolle Anlage. Dann kann man hier Frühstück. Da kann man sich draußen umsetzen. Hier haben Sie ein Dördchen, wo man sich schon dran setzen kann. Und es gibt Zollorf-Loranges. Da muss man halt schnell sein. Das muss so ein bisschen ja leicht. Weil es dann gibt es hier überhaupt eine Rezeption.